Sie sehen Wahlwerbung der Christlich-Sozialen Union, CSU. Für den Inhalt ist die Partei verantwortlich. Paul Leerrieder, ein starker Partner der Kommunen und der Menschen im Landkreis Würzburg. Daher Erststimme für Paul Leerrieder und Zweitstimme für die CSU. Unsere fränkische Heimat, traditionsbewusst und modern. Einer von uns, Paul Leerrieder. Bundespolitik und Kommunalpolitik gehen Hand in Hand. Deshalb bitte ich um Ihr Vertrauen am 26. September bei der Bundestagswahl. Sie sahen Wahlwerbung der Christlich-Sozialen Union, CSU. Für den Inhalt ist die Partei verantwortlich. Vielen Dank.